20. Und zweitens, ferner sagte ich, mag das Wort Papismus im Munde der Verfasser der Artikel bedeuten, was es will, mag es beispielsweise sogar die Lehren des Tridentinischen Konzils, das noch gar nicht abgeschlossen war, als die Artikel aufgestellt wurden und gegen die sie also nicht einzig und allein gerichtet sein konnten, einschließen, so ist doch zu erwägen, was die Regierung mit der Aufstellung der Artikel bezweckte. 21. Etwa nur den Papismus abzutun? Nein, die Obrigkeit hatte ein anderes Ziel im Auge, die Papisten zu gewinnen. Was war der beste Weg, widerstrebende oder schwankende Geister, und diese waren vermutlich in der Mehrheit, zur Annahme des neuen Bekenntnisses zu veranlassen? 22. Wie haben die Arianer ihre Glaubenssätze aufgestellt? War es nicht nach dem Prinzip, unbestimmt und vieldeutige Ausdrücke zu gebrauchen, welche denen, die sie unterschrieben, einen katholischen Sinn vortäuschten, sich jedoch im Laufe der Zeit, als man die Folgerungen aus ihnen zog, als ihrgläubig erwiesen? 23. Demnach bestand die sehr begründete Vermutung, dass die Artikel, die auf den ersten Blick so scharf erschienen, ihrem Inhalt nach milder waren, als ihr Aussehen vermuten ließ. Ich sage, es bestand die begründete Vermutung, denn wie weit diese Annahme richtig war, konnte nur durch die Untersuchung ermittelt werden. 3. Plötzlich aber kam eine Erwägung hinzu, die auf diese Vermutung ein Licht warf. Wie, wenn es sich herausstellen würde, dass dieselben Männer, welche die Artikel abfassten, gerade dadurch eine Anzahl papistischer Lehren bekannt, oder vielmehr in einem dieser nämlichen Artikel den Unterzeichnern zur Pflicht gemacht, und so jene Lehren, deren Leugnung man ihnen heute zuschreibt, als einen Bestandteil desselben Protestantismus erklärt hätten, den sie, wie man heute meint, für göttlich hielten, so verhielt es sich in der Tat, und in meiner Abhandlung erbrachte ich den Beweis dafür. Der Leser mag sehen. Der Artikel 35 sagt, Das zweite Buch der Homilien enthält wie das erste eine fromme und heilsame, für unsere Zeiten notwendige Lehre. Hier wird die Lehre der Homilien als fromm und heilsam anerkannt, und alle, welche die Artikel unterschreiben, müssen sich auch zu diesem Satz bekennen. Darum wollen wir die Homilien näher betrachten und sehen, wie diese fromme Lehre lautet. Ich zitierte damals Stellen aus ihnen mit folgendem Ergebnis. Erstens, die Homilien erklären, das sogenannte Apokrythe Buch, Tobit, sei das Wort des Heiligen Geistes und ein Teil der Schrift. Zweitens, das sogenannte Apokrythe Buch der Weisheit gehöre zur Schrift und sei das unfehlbare und untrügliche Wort Gottes. Zweitens, die alte Kirche, die auf die Zeiten der Apostel folgt und fast 700 Jahre gedauert hat, sei ohne Zweifel ganz rein. Viertens, wir hätten uns vor allem nach der alten Kirche zu richten. Fünftens, die vier ersten allgemeinen Konzilien gehören zur alten Kirche. Sechstens, es gebe sechs Konzilien, die von allen anerkannt und angenommen werden. Siebentens, ferner sprechen sie von einer bestimmten Wahrheit, die sie einschärfen wollen, weil sie durch das Wort Gottes, durch die Aussprüche der alten Kirchenlehrer und das Urteil der ursprünglichen Kirche als solche erklärt worden sei. Achtens, von den gelehrten und heiligen Bischöfen und Kirchenlehrern der ersten acht Jahrhunderte, die beim Volk großes Ansehen und Vertrauen genossen hätten. Neuntens, von der Unterweisung Christi, seiner Apostel und aller heiligen Väter. Zehntens, von der Autorität, sowohl der Schrift als des heiligen Augustinus. Zehntens, von Augustinus, Chrysostomus, Ambrosius, Hieronymus und ungefähr 30 anderen Vätern, von denen sie einige mit dem Titel eines Heiligen, andere mit dem alter katholischer Väter und Lehrer auszeichnen. Zwölftens, sie erklären, nicht bloß die heiligen Apostel und Jünger Christi, sondern auch die frommen Väter vor und nach Christus seien ohne Zweifel vom Heiligen Geist erfüllt gewesen. Dreizehntens, die alten katholischen Väter sagten, das heilige Abendmahl sei die Erzneide und Sterblichkeit, das himmlische Schutzmittel gegen den Tod, das Brot des ewigen Lebens und die selig machende Gnade. Viertens, der heilige Leib und das Blut des Herrn werde unter der Gestalt von Brot und Wein empfangen. Fünfzehntens, die Speise im Sakrament sei eine unsichtbare Nahrung und eine geistige Substanz. Sechzehntens, das heilige Fleisch und Blut solle vom Geist aufgenommen werden. Siebzehntens, die Priesterweihe sei ein Sakrament. Achtzehntens, die Ehe sei ein Sakrament. Neunzehntens, außer Taufe und Abendmahl gebe es noch andere Sakramente. Zwanzigstens, die Seelen der Heiligen herrschten in den Freuden des Himmels mit Gott. Einundzwanzigstens, Almosen geben, reinige die Seele von der Ansteckung und den Makeln der Sünde, sei ein kostbares Heilmittel und ein unschätzbares Kleinod. Zweiundzwanzigstens, werktätige Nächstenliebe befreie und reinige von Krankheit und Schwäche, wie Salben und Arzneien, Wunden und Gebrechen heilen. Dreiundzwanzigstens, die Pflicht zu fasten, sei eine zu augenscheinliche Wahrheit, als dass sie eines Beweises bedürfe. Vierundzwanzigstens, Fasten in Verbindung mit Gebet vermöge viel bei Gott, wie der Engel Raphael zu Tobias sagte. Fünfundzwanzigstens, der mächtige und große Kaiser Theodosius sei in der ursprünglichen Kirche, die überaus heilig und gottesfürchtlich gewesen sei, vom heiligen Ambrosius exkommuniziert worden. Sechundzwanzigstens, Konstantin, der Bischof von Rom, habe den Kaiser Philippikus wahrlich nicht ohne Grund, sondern mit größtem Recht verurteilt. Einundzwanzigstens, wenn wir die Frage, wie weit diese einzelnen Thesen unter die Punkte fielen, die unterschrieben werden mussten, beiseite lassen, so ist es ganz klar, dass diejenigen, welche die Homilien geschrieben und diese dem anglikanischen Lehrsystem einverleibt haben, weder den genauen Unterschied zwischen dem katholischen und protestantischen Glauben kannten, noch eine klare Kenntnis der protestantischen Prinzipien und Lehren besaßen oder den heutigen Begriff von der römischen Lehre hatten. Daraus ergab sich für mein Empfinden die hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Artikel außer der sogenannten katholischen Lehre auch einen großen Teil dessen, was römische Lehre war, bestehen ließen. Noch ein anderer Grund sprach gegen die Vermutung, dass die Artikel die vom Tridentinum aufgestellten und von Papst Pius IV. verkündeten römischen Dogmen direkt angriffen. Das Tridentinum war noch nicht vorüber und seine Dekrete noch nicht erlassen, als die Artikel aufgestellt wurden. Diese müssen also auf etwas anderes abgezielt werden. Und was war das? Die Homilien geben uns Aufschluss. Sie sind der beste Kommentar zu den Artikeln. Wenn wir die Homilien betrachten, so finden wir von der ersten bis zur letzten Seite, dass die Verfasser der Artikel keineswegs gegen die katholische Lehre der ersten Jahrhunderte und ebenso wenig gegen die römischen Dogmen protestieren wollten. Ihr Kampf galt vielmehr den herrschenden Irrtümern und den unter dem Volk um sich greifenden Entartungen, die unter dem hohen Namen Roms Deckung und Duldung fanden. Die überzeugende und feierliche Sprache der Homilien hat fast ausschließlich die herrschenden Irrtümer zum Gegenstand. Ja, diese Homilien enthalten selbst, wie ich gezeigt habe, eine Menge katholischer Lehre und sogar römische Dogmen. Fünftens. Soweit über die Verfasser der Artikel und Homilien. Sie waren Zeugen, keine Autoritäten, und ich gebrauche sie als solche. Aber welches waren dann die Autoritäten, welche die Artikel als verpflichtend auferlegten? Meiner Ansicht nach war es die Synode von 1571. Doch hier zeigte sich wieder, dass diese Versammlung, welche die 39 Artikel annahm und bestätigte, durch einen Kanon auch einschärfte, die Prediger sollen sorgsam darauf achten, dass sie in ihren Predigten niemals dem Volk etwas anderes als religiöse Vorschriften und Glaubenspflichten vortragen, außer was mit der Lehre des Alten und Neuen Testamentes übereinstimmt und was die katholischen Väter und alten Bischöfe von dieser Lehre zusammengefasst haben. Hier ist zu beachten, dass die Synode, welche die Artikel auferlegte, an die gleichen alten Autoritäten appellierte, welche die Verfasser der Artikel und Homilien mit der tiefsten Verehrung genannt hatten. Wenn also die Homilien Lehrmeinungen enthielten, die man heute römisch nannte, so schien es mir außerordentlich wahrscheinlich, dass die Synode von 1571 diese Lehren gleicherweise gelten ließ und annahm oder sie zum wenigsten nicht verwarf. Sechstens, Und dann, als ich schließlich wirklich einen Blick auf den Text der Artikel warf, fand ich in vielen Fällen meine ganze Vermutung über ihre Unbestimmtheit und Vieldeutigkeit bestätigt und das nicht bloß bei Fragen zwischen Lutheranern, Calvinisten und Zwinglianern, sondern auch in katholischen Lehren. Ich habe sie in meinem Traktat angeführt. Zum Schluss schrieb ich, Die Artikel sind offenbar nach dem Grundsatz abgefasst, die weitläufigen Fragen, um die der Streit noch schwebte, offen zu lassen. Sie stellen kühn extreme Wahrheiten auf und schweigen über ihre Rechtfertigung. So sagen sie zum Beispiel, der ganze zum Heil notwendige Glaube müsse aus der Schrift bewiesen werden, aber nicht, wer ihn zu beweisen habe. Sie sagen, die Kirche habe in Streitfragen die Autorität, aber nicht, was für eine Autorität. Sie sagen, die Kirche dürfe nichts einschärfen, was nicht in der Schrift enthalten sei, aber nicht, wo die Heilmittel zu finden seien, wenn sie es doch tut. Sie sagen, gute Werke, die vor der Rechtfertigung und Erlangung der Gnade geübt werden, seien wertlos und schlecht. Nach der Heiligung und Rechtfertigung seien sie wohlgefällig, sprechen aber überhaupt nicht von Werken mit Gottes Hilfe vor der Rechtfertigung. Sie sagen, nur diejenigen seien rechtmäßig zur Ausspendung der Gnadenmittel und zum Predigen berufen und gesandt, die hierzu von solchen Männern ausgewählt und berufen wurden, denen in der kirchlichen Gemeinde eine öffentliche Amtsgewalt übertragen worden sei. Sie fügen jedoch nicht hinzu, von wem diese übertragen werden müsse. Sie sagen, dass Konzilien, die von Fürsten einberufen wurden, irren können, lassen aber unbestimmt, ob auch die im Namen Christi berufenen Konzilien irren können. 22. Solche Erwägungen erleiteten mich bei meiner Untersuchung, wie weit die Artikel eine katholische oder sogar römische Deutung zuließen, und auf diese Weise verteidigte ich in meinem Traktat den Versuch, ihn gemacht zu haben. Aus dem bereits Gesagten wird hervorgehen, dass ich weder das Bedürfnis noch die Absicht habe, jede einzelne Auslegung, die ich in meinem Traktat vorschlug oder damals wirklich gab, heute noch aufrecht zu erhalten. Ob es klug und verständlich war oder nicht, auf jeden Fall versuchte ich, damit nur den ersten Anlauf zu einer unbedingt notwendigen Tat, und ich war vollkommen darauf vorbereitet, dass dieser Versuch mit Hilfe der aus der Kritik anderer gewonnenen Aufklärungen einer Durchsicht und Verbesserung unterzogen werden müsse. Ich hätte jede mir als irrig nachgewiesene Behauptung freudig widerrufen. Mein Werk betrachtete ich als mangelhaft und anfechtbar in dem gleichen Sinne, indem ich jetzt meine anglikanischen Deutungen der Schrift als irrig erkenne, aber in keinem anderen. Ich wundere mich, dass man nicht allgemein die Erklärer der Schrift mit so harten Worten beurteilt wie den Verfasser des Traktates 90. Er stellte ein großes theologisches System auf und wandte es auf die Artikel an. Die Episkopalianer, die Lutheraner, die Presbyterianer oder Unitarianer stellen ein großes theologisches System auf und wenden es auf die Schrift an. Jede Theologie hat ihre Schwierigkeiten. Die Protestanten vertreten eine Rechtfertigung durch den Glauben allein, obwohl kein Text des heiligen Paulus dafür spricht und der heilige Jakobus eine solche ausdrücklich ablehnt. Nennen wir deswegen die Protestanten unehrlich? Sie leugnen die göttliche Sendung der Kirche, obwohl der heilige Paulus sagt, dass sie eine Säule und Grundfeste der Wahrheit sei. 1 Timotheus 3,15 Sie beobachten den Sabbat und doch sagte heilige Paulus, kein Mensch soll euch richten nach Speise und Trank oder mit Rücksicht auf die Tage des Sabbats. Kolosser 2,16 Jedes Bekenntnis hat Texte zu seinen Gunsten und andere, die ihm widersprechen. Das wird allgemein anerkannt. Am tiefsten schmerzte mich Folgendes. Was hatte ich im Traktat 90 Schlimmeres getan, als die Anglikaner, Wesselianer und Calvinisten täglich in ihren Predigten und Schriften tun? Was habe ich mir Schlimmeres zu Schulden kommen lassen, als die evangelikale Partei, die ex animo, die Riten der Taufe und des Krankenbesuches annimmt? Warum sollte ich unehrlich und sie untadelig sein? Einmal gab unser Herr eine Antwort, die auf meinen Fall zu passen schien, als der Tumult gegen meinen Traktat losbrach. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf ihn. Ich hätte hoffen dürfen, dass die oben erwähnte große Partei angesichts ihrer eigenen Schwierigkeiten bei der Auslegung in ihrer Opposition gegen den Lehrer einer andersdenkenden Schule zu einiger Vorsicht oder wenigstens zur Mäßigung gemahnt worden wäre. Aber vermutlich haben Furcht und Ärger ihren Gerechtigkeitssinn überwältigt. In dem allgemeinen Sturm der Entrüstung, den der Traktat bei seinem Erscheinen hervorrief, steckte, wie ich gern anerkenne, viel ernste religiöse Gesinnung, viel ehrliche und aufrichtige Prinzipientreue und auch viel gerader, ungelehrter Durchschnittsverstand. In Oxford fand ich viel echte Teilnahme, aber es herrschte auch eine versteckte, hartnäckige und leidenschaftliche Feindseligkeit gegen den Verfasser, die durchaus begreiflich und zum Teil wohl begründet war. Ein Fehltritt war gemacht worden, also war jetzt die Zeit zum Handeln. Man hat mir erzählt, dass schon vor der Veröffentlichung des Traktats übertriebene Gerüchte über seinen Inhalt ins feindliche Lager gedrungen seien und man zögerte keinen Augenblick zur Tat überzugehen, als ich wirklich in die Hände der Philister gefallen war. Einen solchen Ausbruch hatte ich in keiner Weise erwartet und war über seine Heftigkeit betroffen. Doch glaube ich nicht, dass ich irgendwelche Furcht empfand. Ja, ich gestehe sogar, in einer Hinsicht war es fast wie eine Erleichterung für mich. 23 Allerdings sah ich klar ein, dass mein Platz in der Bewegung verloren war. Das öffentliche Vertrauen war dahin, meine Tätigkeit war zu Ende. Es war völlig ausgeschlossen, dass ich fortan durch meine Worte noch irgendetwas wirken konnte, nachdem der Pedell in jedem Kolleg meiner Universität meinen Namen angeschlagen hatte, wie den eines in Verruf gekommenen Pastetenbäckers, und nachdem ich in allen Teilen des Landes und in jeder Klasse der Gesellschaft, in jedem Organ und bei jeder Äußerung der öffentlichen Meinung, in Zeitungen, Zeitschriften und Versammlungen, von Lehrstühlen, an Wirtstischen, in Kaffeestuben, in Eisenbahnwagen, als ein Verräter gebranntmarkt war, der seine Lunte an das altehrwürdige Gebäude der Staatskirche gelegt hatte und gerade in dem Augenblick entdeckt wurde, als er sie anzünden wollte. Freilich fanden sich auch, außer meinen Freunden, namhafte und angesehene Männer wie Dr. Hook, Painer und Parzival, die in ritterlicher Weise für mich Partei ergriffen. Es muss eine schwere Aufgabe für sie gewesen sein, aber was konnten sie schließlich für mich tun? Das Vertrauen, das man mir entgegengebracht hatte, war verloren. Ja, ich hatte schon viel vom Vertrauen in mich selbst eingebüßt. Bereits anderthalb Jahre früher waren mir Gedanken über die anglikanischen Rechtstitel durch den Sinn gegangen, die mich damals tief beunruhigt hatten. Sie waren wieder verschwunden und mein Vertrauen in die Kraft und die Aussichten der Apostolischen Bewegung war wieder so stark wie vorher. Ebenso meine Überzeugung von der Verwerflichkeit dessen, was ich die herrschenden Irrtümer Roms nannte. Aber wie konnte ich mir selbst jetzt noch weiterhin unbedingt vertrauen? Wie konnte ich zu meinem jetzigen Selbstvertrauen Vertrauen haben? Wie konnte ich sicher sein, dass ich immer denken würde, wie ich jetzt dachte? Ich fühlte, dass eine gütige Vorsehung mich durch diesen Ausgang vor einer unmöglichen Stellung in der Zukunft bewahrt hatte. Zuerst wurde ich ersucht, wenn ich nicht irre, den Traktat zurückzuziehen. Ich weigerte mich, das zu tun, und zwar in Rücksicht auf diejenigen, die schon wankend waren oder in Gefahr standen, es zu werden. Auch die Rücksicht auf mich selbst verbot mir dies, denn wie konnte ich mich mit einer rein protestantischen Erklärung der Artikel zufrieden geben? Wie konnte ich mich zu den Lehrern einer Theologiegesellen, deren Name mich schon mit Widerwillen erfüllte? Dann hieß es, sei still, verteidige den Traktat nicht. Ich gab zur Antwort gewiss, wenn man ihn nicht verdammt, sondern in seinen Weiterverkauf einwilligt. Man drängte mich, sobald ich mich schwach zeigte und wich zurück, wenn man mich unbeugsam fand. Man suchte mir so viel als möglich abzuringen. Aber darauf bestand ich hartnäckig, dass dem Traktat Duldung gewährt werden müsse. Man gestand mir also die Fortsetzung des Verkaufs zu und versprach, den Traktat nicht zu verdammen, aber nur unter der Bedingung, dass ich ihn nicht verteidige. Die Veröffentlichung weiterer Traktate einstelle und in einem Brief an den Bischof von Oxford meine eigene Verurteilung öffentlich ausspreche. Dem Bischof lege ich nichts zur Last. Er war immer sehr gut gegen mich gewesen. Meine Gegner lehnten auch jede Verantwortung dafür ab, was etwa die einzelnen Bischöfe in ihren Hirtenschreiben zu der Angelegenheit sagen würden. Ich ging auf ihre Bedingungen ein, denn für mich handelte es sich nur darum, den Traktat zu retten. Nicht ein Wort schriftlicher Bestätigung erhielt ich als Pfand dafür, dass sie ihrerseits den Hauptpunkt des Vertrages einzuhalten gedachten. Man las mir Auszüge von Briefen vor, gab sie mir jedoch nicht in die Hand. Es war eine Verständigung. Ein kluger Mann hatte mich ungefähr sechs Jahre früher vor Verständigungen gewarnt und von da an habe ich sie immer gehasst. Am Schluss meines Briefes an den Bischof von Oxford legte ich meine Stellung in der Bewegung mit folgenden Worten nieder. Ich habe nichts zu bereuen, außer dass ich euer Gnaden und anderen, denen ich ehrfurchtschuldig bin, Kummer verursacht habe. Ich habe nichts zu bereuen, sondern allen Grund, mich zu freuen und dankbar zu sein. Es war mir immer unangenehm, wenn es den Anschein hatte, als sei ich fähig, eine Partei zu führen und wenn ich je einen Einfluss ausgeübt habe, so habe ich ihn nicht gesucht, sondern gefunden. Ich habe gehandelt, weil andere untätig waren und habe meine Ruhe geopfert, die mir teuer war. Möge Gott in Zukunft mit mir sein, wie er mir bis jetzt beistand. Und er wird mit mir sein, wenn ich nur meine Hand rein und mein Herz lauter bewahre. Jede persönliche Demütigung hoffe ich ertragen zu können oder will ich wenigstens zu ertragen versuchen, so jedoch, dass ich bewahrt bleibe vor dem Verrat an einer heiligen Sache, die der Herr der Gnade und Macht in meine Obhut gegeben hat.